Hallo zusammen, hier ist wieder der Deutsche Land. Tschüss wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Berufe und an Inschriftenkunde. Und hier haben wir das Achievement Mächtige Runen. Für dieses müssen wir folgendes machen. Er mächtigt euch fünfmal mit einer Wantsus-Rune. Ihr müsst an einer Begegnung teilnehmen, damit es angerechnet wird. Und dafür brauchen wir als allererstes mal eine Wantsus-Rune. Wichtig zu erwähnen ist, es ist relativ egal, welche Wantsus-Rune ihr nehmt. Ihr könnt auch eine von einem alten Content nehmen. So habe ich das nämlich gemacht. Und zwar habe ich mir die günstigste aus dem Ahagic geholt, die jetzt zum Beispiel in Legion verfügbar war. Und zwar die Wantsus-Rune für Aurelia, die Zauberklinge. Und ja, die können wir einfach einsetzen. Ihr seht, da haben wir sie drauf. Wir können pro Woche nur eine Wantsus-Rune nehmen, egal aus welcher Expansion. Und deswegen, wenn ihr aktuell irgendwo am Raiden seid, dann müsst ihr halt nochmal gucken. Das ist auch ein Achievement, das ihr dementsprechend auf einem Chart durchziehen müsst. Ich mache es jetzt so, dass ich quasi die Aurelia-Wantsus-Rune nehme und den LFR anmelde. Denn wir können uns direkt für den Boss reincuehen. Und zwar ist das hier der zweite Teil in Nighthold. Und zwar bin ich jetzt hier im Legion Dalaran. Da gibt es ja den Anmelder. Und dann müssen wir nämlich nicht die komplette Instanz machen, sondern können halt direkt zu dem ausgewählten Boss gehen. Meistens ist es so, dass im Auktionshaus die Wantsus-Runen günstiger sind, als wenn ihr euch die selber herstellt. Schlichtweg deswegen, weil Leute halt mit den Dingern skillen und das dann im Endeffekt Abfallprodukt ist. Weil niemand braucht mehr normalerweise eine Wantsus-Rune für irgendeinen alten Raid. Und dann sind die für ein paar Kupfer oder ein paar Silber im Auktionshaus. Also da könnt ihr vielleicht zuschlagen, wenn ihr euch noch das eine oder andere sparen wollt. Klar ist in Schrift, da könnt ihr euch das auch selber herstellen. Kleine Randinformation, das Ganze ist ein bisschen blöder gemacht, weil wie gesagt, ihr könnt pro Woche nur eine Wantsus-Rune quasi einsetzen. Und dementsprechend müsst ihr das fünf Wochen machen. Bei mir ist es jetzt die fünfte Woche. Ich habe jetzt quasi vier Wochen lang das schon gemacht. Und ja, sobald wir den Boss umhauen, gibt es dementsprechend das Achievement. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr aktuell mit eurem Main vielleicht in Schriftenkundler seid und es mit dem machen, auch im aktuellen Content machen. Und dann müsst ihr halt an dem Bosskampf, glaube ich, teilnehmen, wo ihr die Wantsus-Rune für reinhaut. Ihr müsst es anscheinend nicht killen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier in meinem alten Content gemacht und da haut man natürlich die Bosse relativ easy weg. Also jetzt haben wir hier den besagten Boss. Und sie killen wir jetzt einfach kurz. Und dann, ah, seht ihr, ich musste sogar nicht killen, also das Angreifen reicht. Also müsste im aktuellen Content genauso sein. Wenn ihr da irgendwo zum Beispiel mütig am Progressen seid und den Boss nicht killt, müsst ihr es trotzdem zählen. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Ist halt ein bisschen nervig, weil ihr fünf Wochen warten müsst. Aber sonst ist es eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit. Juti, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nächste Mal gerne wieder beim Achievement Guard reinschalten. Euer Tilar, bis dahin. Ciao. 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 . Vielen Dank.